Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Folge von Captive 2 Minecraft, wie auch immer. Genau, umgekehrt, ja. Ja, ja, genau. Und wir sind hier und haben jetzt den Spawn entdeckt. Du hattest doch die Steinspitzhacke, ne? Richtig, ich hab Leben verloren, weil die mich attackiert haben, während wir nicht aufgenommen haben. Verdammt. Bau doch mal bitte dann den Eisenblock über dir noch ab. Hä, da ist ein Eisenblock über mir? Ja. Ach da, schön. Ich, ach du hast, du hast das ganze Holz, ne? Du hast gar kein Holz mehr. Einen Stick hab ich noch. Boah. Da sind noch einer. Ja, gut, dann können wir, dann haben wir jetzt echt ein Problem langsam, ne? Was Holz angeht, ja. Vor allem, weil ich auch zum Beispiel Hunger habe. Hier ist ein Spawn. Und zwar, ich kann mir ein Eisenschwert machen. Ja, mach das nicht, mach das nicht. Das bringt uns nichts. Aber mit einem Stick komm ich aber auch nicht weit, ne? Ja, eben. Ne, wir müssen, wir müssen den echt aufsparen. Wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt überlegen. Wir brauchen Essen. Ich kann nicht mehr laufen, ja. Wir brauchen Essen. Ich hab ein regularer Potato, aber die will ich nicht essen. Ja, pass auf, wir haben Kürbiskuchen. Kürbiskuchen brauchen wir sowieso für gar nichts. Gut, das kannst du mir geben. Das bist du, meine Güte. Äh, ich hab zwei davon. Ach ja, und du hast auch noch vier Äpfel, ne? Ich? Ne. Ja, doch hast du. Doch, stimmt. Ja gut, dann essen wir jetzt erstmal... Ich lege mal alles in die Kiste. Ich lege mal alles in die Kiste. Ja, ich esse jetzt den Kürbiskuchen, weil den brauchen wir für nichts. Genau, ich lege auch mal den Apfel in die Kiste. Weil ich meine, Apfel kann man vielleicht für Goldapfel später brauchen. Richtig, den brauchen wir auf jeden Fall. Also da müssen wir aufpassen. So, ich hab keine Kürbiskuchen mehr. Äh, wir gehen jetzt runter. Und holen uns die ganzen Spinnenweben und so, ne? Ja, und pack erstmal alles, was du nicht brauchst, in die... Hab ich schon, hab ich schon. Also hier sind noch ein paar Blöcke, aber sonst... Ich mach auch mal eine zweite Kiste daneben. Wo ist denn jetzt meine Spitzhacke hin? Hier. Ne, warte, die muss ich ja eh noch mit rausnehmen. So. Okay, ähm, und ganz wichtig, Sand mitnehmen, sonst kommst du ja nie wieder hoch hier. Genau, hab ich. Es sind zwei Spawner da, ne? Also einer da, den hab ich zugebracht und der andere ist hier hinter der World Border noch, leider. Ja, das Problem ist, wir kommen doch eh an keinen ran. Doch. Wo wir auch zum Beispiel rankommen, ist in dieses... Komm einfach mit, komm kurz mit. Nein, 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 nein. An den kommen wir ran. Ja. Der ist unter uns, nicht daneben. Der ist unter uns. Das ist schön. Wirklich schön. Aber lass, lass, lass doch erstmal hier ganz entspannt, äh, die Höhle so weit auseinander nehmen, wo wir rankommen. Und dann uns nach unten arbeiten und nicht alles auf einmal machen. Oh, schön. So. Ich baue mich doch eh ganz langsam runter zu dem Spawner. Ist doch kein Problem. Geben Fackeln ein Achievement? Nee, ne? Äh, nee. Habe ich ja schon gemacht. Das ist schon Fackeln. Ich habe schon Fackeln, aber es ist kein Achievement gewesen. Und dann ist hier noch nichts ausgeleuchtet. Ja. Hallo, ich habe nur, ich habe nur zwei Stück. Hä, man kriegt doch mehr Fackeln. Ja, ich habe vier Stück bekommen und jetzt habe ich nur noch zwei. Achso. Dann leuchtet doch halt mal hier die Höhle aus. Das ist ein Spawner mit, äh, mit, 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 mit Minenschacht dazu. Sehr gut. Und da ist Holz. Ja, ich habe Holz gefunden. Und Zombies habe ich gefunden. Hi, hübscher. So. Warte, ich setze mal, ich setze mal einen Sandblock. Dann noch einen Sandblock. Der Spawner ist kaputt. Warum hast du den abgebaut? Alles gut. Er baut einfach den Spawner ab, Alter. Ja. Das sind Skeletten. Du gehst vor, du gehst vor. Mein Gott, du Pussy. Ja, am Anfang ist einfach so. Hast du einen Schwer für mich? Ich habe nur ein Holzschwert. Ja, geh mal. Okay. So. Das ist Sand, ne? Ja. Warum mal die Spälenweben ab, bitte? Nee, jetzt mach ich erst mal das Skelett kaputt. Okay, und jetzt brauche ich die Spälenweben ab. Jetzt sind hier noch zwei Millionen andere Zombies. Irgendwo. Okay, die höre ich gar nicht. Interessant. Man, Game sounds so leise. Ah, und da ist auch das Schwert kaputt. Oh, scheiße. Ja gut, dann, ich glaube, hier ist... Oh. Hier sind so ein paar Spinnen. Ganz, ganz klein wenig. Ich komme da leider nicht. Warte kurz, ich mache das so. Und ich gehe hier drunter durch. Spinis, hier bin ich. Da bin ich. Ich halte dir ein bisschen. Ich halte dir ein bisschen. Oh Gott, da sind wirklich ein bisschen viele, ne? Das sind diese kleinen, ekligen Spinnen. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Jetzt kann ich die nicht schlagen. Ich aber, ich aber passt. Schlag die nicht mit deiner Spitzhacke. Oh, das ist schon zu spät. Nein, man kommt nicht an die Kiste ran. Das siehst du doch. Aber du hast hier noch ganz viel Kohle, die du mitnehmen kannst. Was ist mit der los? Das bewegt dich doch. Okay, dann nicht. So. Okay, hier sind irgendwo noch ganz viele Zombies. Jetzt bau doch die Kohle ab, du depp. Welche Kohle? Ich sehe die nicht mal. Mein Gott. Über dir. Du musst dir auch mal umgucken. Ruhig doch. Ganz wichtig, die ganzen Schienen mitnehmen, ne? Okay. Achtung, Achtung, nicht zurückgehen, nicht zurückgehen. Ich wollte dir hier so eine Falle stellen, aber da habe ich jetzt gerade entdeckt, dass da noch eine Höhle drunter ist. Ja, mach schnell zu, da sind Spinnen. Okay. Ja, mit Sand. Genau, du depp. Boah, und da steht direkt der Creeper, ey. Sei froh, dass da noch... Das war doch mit Absin. Das wäre jetzt unser Ende gewesen, das ist dir bewusst. Das war mit Absicht. Ja, ja, mit Absicht. Ja. Weißt du, was keine Absicht war? Was denn? Deine Geburt. Ja, das kann schon sein. Mutter, war das Absicht? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. So, dann baue ich mal, was du ja auch wieder nicht tust, das ganze Holz hier ab, was wir sehr gut gebrauchen können. Ich töte gerade wieder Spinnen, okay? Ich bin produktiv. Ja, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Geweck. Geweck. Weckbar. Äh. Ha! Die kommen immer näher. Also, wie lange überleben die denn, wenn man sie mit der Hand schlägt? Ätzend lang. Wir spielen auf normal, so wie es aussieht. Okay, so. Äh. Hallo. Boah, ich höre nur noch Zombies. Hier sind so viele Monster unten. Hier, ich baue dieses Holzstück ab. Ah, mach die... Wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Ich habe eine gesetzt, keine Sorge. Ich baue den unteren Block hier ab. Hä! Was ist das? Oh, Clay. Okay. Da ist noch mehr Holz über dir. Ich weiß. Jo, Freundchen, was tust du denn? Gehst durch Spinnenweben, wenn ich da eh einen extra Weg baue, ne? Ja. Kluge Junge, kluge Junge. So. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir so ein paar Sachen, so ein paar Rohstoffe. Ich kann mir ein Schwert basteln. Nein, gar nicht Spaß. Ja, wir sollten aber Sachen basteln. Da ist noch eine Spinne. Da ist noch eine Spinne. Ja, dann macht sie kaputt. Aber, 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 ohne Schwert alleine, okay. Sie ist tot. Sammeln ja etwas Leder, also wir brauchen noch Tiere. Ja. Okay. Glaubst du, ist oben, haben wir noch ein paar Archivements bekommen jetzt? Ja, ne? Monster Hunter und so weiter. Ist oben vielleicht noch eine Kiste frei? Nee, nee, nee. Wir haben, außerdem, haben wir überhaupt Archivements? Nee, wir haben keine mehr. Wir haben ja Monster Hunter bekommen letzte Folge am Schluss noch. Ja, das bringt uns aber nichts. Da, ich lege nochmal was rein. Okay, soll ich eine Spitzhacke machen aus Eisen? Äh, ja, aber benutze sie nicht. Benutze sie nicht. Okay. Das habe ich nämlich letztes Mal den Fehler gemacht. Benutze sie wirklich nur, wenn du Blöcke hast, die du nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen kannst. Okay. Gut, dann, ich nehme mir mal aber einen Stock mit ein paar Steine, damit ich auch ein bisschen ein Schwert habe, ne? Und ich befürchte jetzt, ziemlich doof, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als weiter nach unten zu gehen. Ja, okay, ist doch okay. Ja, nee, eigentlich nicht. Wieso? Wir haben nichts. Ach. Wir sind bester Mann, ey. So, pass auf. Ich würde nämlich jetzt vorschlagen, wir brauchen, wo kriegen wir denn Erde her? Erde haben wir immer noch nicht, ne? Nee. Ah. Dann können wir auch nichts anbauen. Wir brauchen, naja. Gut, äh, hast du noch irgendwas, was du mir geben kannst, holzmäßig, schwertmäßig, meine ich? Äh, ein Holz. Steine. Ja, gib her. Noch ein bisschen mehr Eisen eingesammelt. Mehr nicht. Ja, gib mal ein Eisen. Ach nee, guck mal, guck mal, ich kann mir auch ein Eisenschwert machen. Hä? Ich hab mir kein Eisenschwert gemacht. Ach so, da schmilzt es auch gerade noch. Gut, dann machen wir uns beide ein Eisenschwert dazu. Ja, wir sollten, äh, hast du jetzt noch einen Stock für mich? Nein, noch nicht. Die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt, ob wir uns beide ein Eisenschwert machen sollten. Hast du dir eine Eisenschwert? Na, okay, pass auf, pass auf, pass auf, mach ich die Spitzhacke und du das Schwert. Du hast noch keine Spitzhacke. Doch, ich hab schon die Spitzhacke. Du hast schon die Spitzhacke. Genau, dann machst du dir das Schwert und ich benutze die Spitzhacke, passt. Genau, super. Weil, ich weiß nicht, wie viel, äh, Rohstoffe wir hier in der Map kriegen. Das wär jetzt doof, wenn wir das dann hinterher nichts, nichts haben. So, also du hast jetzt die Spitzhacke, ja? Ja, ja, genau. Also ich geh jetzt schon langsam hier runter zu dem Mobster. Gut, den Mobs. Ja, äh, den Gegnern da. Ja, ja. Wo du gesagt hast, oh nee, da ist ein Creeper, oh Hilfe. Oh Hilfe, ein Creeper. Zur Hilfe, zur Hilfe. Gut. Mit dem Steinschwert lässt sich's, oh Gott. Mach das weg. Scheiß Spinnweben, ey. Da ist auch noch Eisen, das musst du gleich machen. Oh Gott. Mann, ich erschreck mich auch. Geh mal, geh mal weg, geh mal weg. Du machst das, okay, cool. Und da tobt der Monster Hunter, kommt. Bei mir leckt's gerade irgendwie komisch. Bei mir nicht, bei mir soll das leckt frei. Achtung, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Bist ja auch ein selten dämlicher Mensch, ne? Ja, jetzt, jetzt. Genau. Dann geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich mach das. Wow. Geh weg. Tod. Ich wollte einen zweiten Weg bauen für uns. Ja, bau keinen zweiten Weg. Mach erstmal die Monster weg. Ich bin gleich tot. Zwei Herzen, ich heile nicht mehr. Ja, ich hab drei Herzen. Bei mir sieht's auch nicht besser aus. Du hast die Eisenspitzhacke, jetzt bauen wir mal da oben das Eisen ab. Okay. Das geht aber auch mit der Steinspitzhacke, ne? Das ist richtig, aber ich hab nur Holz. Dann, oh. Hast du's? Okay. Warte, dann kriegst du die, ne, ich benutze die Steinspitzhacke weiter. Ähm, Essen. Wir brauchen unbedingt, wir müssen Essen finden. Ja, eben. Das ist ja das. Vielleicht ist es unten. Achtung, ich töte mal ganz kurz hier das Vieh hier dahinter. Alter, das sind richtig viele Vieh hier. Ich glaub nicht, dass da irgendwie Essen ist oder so, sondern ich glaub da eher, dass da noch ein Spawner ist oder so. Sollen wir uns runterwagen? Nee, ne? Das sind zu viele noch. Alter, viel zu viele. Das ist dahinter uns, ne? Warte, Achtung. Ich mach das so, dass sie nicht wo... Ah, okay. Und, sind da viele? Ja, ein paar. Mach mal, mach mal, schmeiß mal ne Fackel rein. Okay. Warte, darf ich da hin? Ganz kurz? Ja. Danke. Hier. Da ist ein Creeper noch. Ja, das ist, das sind mehr als ein Creeper. Gut, aber der Creeper ist ein bisschen gefährlich. Jetzt gerade überhaupt, wenn wir nur zwei Herzen haben, ist das richtig gefährlich. Ja, wir haben eh unsere ganzen Sachen oben hingetan. Ja, die wichtigen zumindest. Soll ich da einfach runtergehen jetzt gerade auf Action und so? Also, da ist, da ist nur noch zwei Spinnen, ein Creeper und ein Zombie. Ja gut, ich geh kurz runter hier. Warte? Geh ran, lock sie an. Dann kann ich sie abholen. Warte, 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 warte. Ich komm von da ran. Ich komm von da ran. Hab zwei Zeugs umgebracht. Ich geh runter. Und lock die... Ah, Spinne. ... den Creeper. Hallo Creeper, bewegt dich zu mir, bewegt dich zu mir. Komm her, komm her. Der ist in den Spinnenweben. Jetzt greif ihn doch an. Ja, ja, ist nicht gegangen. Ist da noch was? Ach, da ist noch ein Spawner. Scheiße. Nein, das ist nicht nur ein Spawner, das ist der Spawner. Verdammt, ich bin gestorben. Ja, macht nichts. Ich hab deine Sachen... Okay, ich bin wieder da. Ich bin schon wieder da. Ja. Okay, das Problem ist nur, da ist nichts. Da ist nur noch... Hast du eine Fackel? Nein, hab ich nicht... Fuck, fuck. Wow, jetzt bin ich. Jetzt hab ich dich getötet. Du Depp. Du bist in meinem Schlag reingelaufen, verdammt. Sammel halt meine Sachen ein. Ja, wenn sich so ausgeht. Das Wichtigste. Wenn sich so ausgeht. Das haben wir ja auch selten dämlich gemacht hier. Scheiße, Alter. Ja, zwei Tote hintereinander macht richtig Spaß. So. Okay, so. Jetzt, du hast die Sachen eingesammelt. Ich hab alles von dir, ja. Ich hab jetzt sogar eine Fackel hier. Ich wollte auch gerade mal noch eine Fackel basteln. Also ein paar. Warte kurz, ich setz mal eine Fackel hier runter. Wenn ich hingelenken würde... Oh, nee! Geh weg! Scheiß Vieh. Heilige! Das ist der Monster-Spawner von allen, ey. Ich, äh... Gib mir mal meine Sachen. Okay, ich komm zu dir. Alter, ohne Witz. Hier, bitteschön. Dein Eisenschwert. Ich heile nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Jetzt gib mir meine Sachen. Warte, 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 warte. Jetzt lass mich doch nicht so untätig hier rumstehen. So, jetzt kommt kein Vieh mehr hoch. Und... So, jetzt geht's. Jetzt sind wir wieder sicher. Ich hab's nur noch dreieinhalb Herzen. Aber hey, hier, da hast du dein Eisenschwert wieder. Dafür hab ich kein Schwert mehr. Hier hast du das. Hier hast du Zäune. Hier hast du Bruchsteine. Hier hast du Granit. Hier hast du Eisenerz. Ich hab erwartet, dass wir essen. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir wünsche. So, jetzt ist das... Jetzt sind wir langsam an der Stelle, wo wir jetzt überlegen müssen, was wir tun. Genau. Und das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Richtig. Wenn ihr noch Tipps habt für die Map, was wir tun sollen, wie es weitergeht, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.